Hallo ihr Lieben, Woche 31 in meinem Project Life Album ist jetzt an der Reihe und wie immer sind Fotos und Karten schon mal vorausgedruckt und vorsortiert. Es gab in der Woche mal ein richtiges Highlight, also wir waren zum VIP Opening von Mainz 05. Das war eigentlich mal ganz schön, also ich bin jetzt nicht wirklich ein Fußballfan, aber das Wetter war genial und das Event an sich war auch ganz schön und wir haben einfach mit unserer Tochter den Sonntag genossen und waren halt mit Freunden unterwegs und es hat einfach alles gepasst und ich dachte, das nehme ich jetzt einfach mal zum Dokumentieren. Die Restwoche war jetzt nicht so prickelnd. Ich hätte natürlich wieder tausende Fotos von Mila dazu machen können, aber ja, machen wir es doch jetzt einfach mal mit diesem Event. Die Sticker, die ich verwende, die habe ich auch schon länger in meinem Stash nicht gehabt. Ja, wie immer, ich bin ganz schlecht im Erinnern, was für eine Marke oder von wem die jetzt waren. Ich habe auf jeden Fall Week 31 ausgeschrieben und dachte, ich habe doch noch so viele Buchstaben. Dann schreiben wir noch gerade einfach das Event obendrauf. Zwar ist damit der schöne blaue Himmel abgedeckt, aber trotzdem, ich fand es eigentlich ganz schön, mit den Buchstaben unten auch die Leute abzudecken. Das war auch irgendwie ganz gut und das gleicht das Foto so ein bisschen aus. Ich habe jetzt geschrieben VIP und dann wollte ich einfach nur die Kurzform. Ich hatte noch überlegt, ob ich meins 05 schreibe. Das wäre dann einfach viel zu viel gewesen und habe dann Hashtag MZ05 genommen. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus. Die Chipboard-Sticker, die haben so eine Silberfolierung. Ich weiß nicht so genau, ob man das im Video sieht. Dann fand ich die gepunktete Karte so super schön. Die ist übrigens auch von Phyllis, die Jane. Das habt ihr jetzt auch erwartet. Und ich hatte noch eine andere und da stand You and Me und ich fand das einfach so schön. Ich habe das ausgeschnitten und einfach passend da drauf gelegt. Ja, es ist ein super schönes Foto von mir und meiner Kleinen und ja, das hat einfach gepasst. Und dann sind wir natürlich wie immer an meiner Kuschelkiste da mit den Sachen, die jetzt als nächstes aufzubrauchen sind. Da habe ich auch in der Tat was finden können. Also dieser Tag zum Beispiel, der ist auch noch aus einer älteren Kollektion von Felicity Jane und We Are Here. Habe ich dann jetzt endlich mal verwenden können. Und wie immer natürlich diese kleinen Word-Sticker. Die dürfen auf einem Layout bei mir auch nicht fehlen. Die ist auch noch von dem Kate-Kit und da sind ganz, ganz viele tolle Wörter drauf, die man auch so im Alltagsleben verwenden kann. Und wenn ihr Woche 30 von meinem Project Life Album gesehen habt, dann seht ihr das gleiche Herzpapier wie auch in der Woche. Ich fand es einfach so schön, deswegen wollte ich es einfach drum herum legen, ein bisschen zum Verzieren. Auf den Fotos übrigens Pablo de Blas ist für diejenigen, die sich so ein bisschen Türfußball interessieren. Mila hatte so einen kleinen Buddy an und da stand Neuzugang 05 drauf und die Stars fanden das alle so lustig. Und da haben wir natürlich auch ein Autogramm auf ihren kleinen Buddy bekommen. Und hier auf dem Layout verwende ich auch wieder das Wellen-Papier. Ich finde das einfach super schön. Müsste ausprobieren. Könnt ihr zum Beispiel auch einfach normales Backpapier nehmen, wenn ihr jetzt kein Wellen-Papier habt. Gibt dem Ganzen aber immer so einen kleinen Layout-Touch und das fände ich irgendwie ganz schön. Dann habe ich noch hier das Chipboard-Piece gehabt, Today. Das fand ich irgendwie ganz toll. Das musste ich dann auch da drauf machen. Und finde die Karte mit diesem kleineren Foto irgendwie super schön. Man hat immer noch die Karte im Hintergrund und diesen Lagen-Look und so weiter. Ja, ist eigentlich, glaube ich, meine Lieblingskarte in diesem Layout geworden. Dann auch hier noch diese kleinen Bits & Pieces von Felicity Jane. Die verwende ich auch ganz gerne. Und es gibt immer so einen kleinen süßen Touch. Ich bin echt froh, dass ich mittlerweile gelernt habe, Sachen aufzubrauchen. Sehr, sehr befriedigende Sache. Ich kann es euch sagen. Solltet ihr vielleicht auch zur Mission euch nehmen, falls ihr ein Horter seid, so wie ich es war. Und dann hier habe ich auch endlich mal einen Bilderrahmen verwendet. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so häufig gepackt, dass ich tatsächlich mal einen Rahmen verwende. Aber sah irgendwie ganz süß aus. Und das ist übrigens René Adler. Ist auch Neuzugang und war ganz happy, als er Mila in ihrem Body entdeckt hatte. Deswegen, ja, irgendwie ganz schön. Und dann habe ich unten drunter auch noch geschrieben, René Adler wollte gleich den Neuzugang kennenlernen. Ja, Mila war irgendwie das Highlight mit ihrem kleinen Body gewesen. Alle waren total fasziniert. Aber ja, ich meine, warum auch nicht, ne? Dann hier an der Stelle klebe ich dann auch das Foto auf und dann auch nochmal dieses kleine Banner-Ding. Ich gucke immer so, dass ich die Fotos so unterschiedlich neige. Ich merke hier seht ihr mich eigentlich nur noch mein Journaling machen. Mittlerweile mache ich so, dass ich schon mit Bleistift vorschreibe, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass alles nicht so drauf passt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, falls auch, ja, ihr auf euer Foto schreiben wollt oder unten drunter oder wie auch immer. So, ihr Lieben, mein Layout ist somit eigentlich fertig. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Und falls ja, würde ich mich natürlich über Daumen hoch und Kommentare freuen. Und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!